Hey, endlich steigt SMA in den kleineren Hybrid-Wechselrichtermarkt ein. Und wir zeigen es euch. Ich bin die Franzi von Mimodo und ich darf euch heute den SMA Sunny Boy Smart Energy vorstellen. Das ist ein einphasiger Hybrid-Wechselrichter mit drei MPP-Trackern. Warum drei MPP-Tracker? Weil es einfach super cool ist, wenn du mehrere Dachausrichtungen hast und alle bedienen kannst. Dazu kommt, dass der Wechselrichter eine sehr geringe Startspannung hat von 60 Volt. Das bedeutet, du kannst schon mit einem oder zwei Modulen einen String belegen. Apropos Strom. Der Wechselrichter hat einen nutzbaren Eingangsstrom von 15 Ampere. Der Kurzschlussstrom liegt bei 30 Ampere. Also ideal geeignet für moderne PV-Module. Und benötigt man dann auch Optimierer, wenn man eh schon so ein komplexes Dach hat? Nein, denn für Standardanwendungen reicht ganz klar das SMA Shadefix aus. Und wenn man sich das Produkt näher anschaut, dann merkt man, SMA hat wirklich mitgedacht. Das Produkt mit einer Ersatzstrom-Light-Lösung inklusive. Und später wird auch noch eine Umschaltbox gelauncht, wo ein vollwertiger Ersatzstrom möglich ist. Zusätzlich dazu ist das Gerät auch S-G-Ready-fähig. Also deine Wärmepumpe, dein Wärmeheizstab kann damit angesteuert werden. Einfach eine vollwertige Lösung für das private Zuhause. Die Inbetriebnahme erfolgt ganz einfach mit Schritt-für-Schritt-Anleitung über die 360-Grad-SMA, so wie wir es gewohnt sind. Und zu guter Letzt, das Gerät hat eine 10-Jahres-Garantie. Aber Vorsicht, du musst es 30 Tage nach Inbetriebnahme registrieren. Und jetzt viel Spaß beim Installieren. Ciao! Ciao!